Okay, und jetzt zu einer super Rocklady aus Kalifornien, Lisa Nemso, wir hatten sie ja schon mal in Musiklein Eurotops und sie ist unheimlich selbstbewusst. Sie sagt nämlich, ich bin Lisa Nemso und was ich mache, texte und komponiere, das bin ich, das sind meine Ideen, das ist meine Musik und das ist Out of Desire. Out of Desire 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 Out of Desire